Die Oasis ist ein kleines, zauberhaftes Wohlfühlhotel für Taucher und Ruhesuchende direkt am weitläufigen Strand nördlich von Marsa Alarm gelegen. Das Resort besticht durch seinen einmaligen Baustil die familiäre Atmosphäre und die absolute Ruhe. Die derzeit 30 Chalets sind wie ein Beduinendorf mit kleinen Gässchen und verwinkelten Treppchen aus fossilen Korallensteinen um das Haupthaus herum angelegt. Jedes dieser Chalets ist ein Unikat. Individuelle Grundrisse, unterschiedliche Stilelemente und Farben prägen die sehr geschmackvoll eingerichteten Zimmer. Außerdem erlaubt die Terrasse von jedem Chalet aus einen uneingeschränkten und atemberaubenden Blick auf das Meer. Das Oasis Diving Center ist ebenso wie das Hotel The Oasis ein Gemeinschaftsprojekt von Sina E-Divers und Werner Lau. Durch diese Verbindung wird den Kunden ein Höchstmaß an Service, Professionalität und Tauchspaß geboten. NITROX for Free ist auch hier für uns selbstverständlich. Der große Pool der Hotelanlage ist perfekt für die Tauchausbildung geeignet. Ausgebildet wird nach den Richtlinien von SSI, PADI oder Barracuda, CMAS. Direkt vor der Tauchschule befindet sich ein schönes Hausriff. Dort sind Strandtauchgänge, Nachttauchgänge und auch die Freiwassertauchgänge für die Ausbildung sehr gut möglich. Die Gegend um Marsa Alam zählt zu den schönsten Tauchrevieren der Welt und noch zu den wenigen Tauchgebieten des Roten Meeres ohne Massenandrang. Hier gibt es für jeden etwas, seien es flache Tauchgänge vom Strand aus, mit dem Auto zu den etwas abgelegenen Buchten oder mit dem Boot zu einem der legendären Riffe wie Elfenstern, Abu Dhabab und dem Dolphinhaus. Vor jedem Tauchgang erfolgt ein ausführliches Briefing. Der Tauchlehrer erklärt dabei nicht nur die Struktur der Rifflandschaft, sondern gibt gleichzeitig auch Auskunft über mögliche Begegnungen mit dem einen oder anderen Unterwasserbewohner. Aufmerksamkeit Ausgaben Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018